Wie würdest du antworten, wenn man dir die Frage stellen würde, ob du glaubst, dass du in den Himmel kommst oder nicht? Stelle diese Frage einmal deinem Umfeld, ganz egal wo, ob auf der Arbeit oder in der Familie. Die meisten Menschen werden mit den Schultern zucken und sagen, glaub schon. Oder hast du schon einmal einen Film angeschaut, in dem ein Elternteil gestorben ist und das Kind fragt, Ist Mami jetzt im Himmel? Und zur Antwort bekommt es ein Glaub schon, sie war ein guter Mensch. Ein Glaub schon ist mir persönlich nicht sicher genug. Mit einem Glaub schon zu leben ist für mich kein sicheres Leben. Und deswegen ist es so wichtig für uns zu verstehen, was da an Ostern wirklich passiert ist. Der so bekannte Bibelfers spielt hier eine große Rolle. Bitte höre ihn bewusst, Wort für Wort, auch wenn du ihn schon tausendmal gehört hast. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der an ihn glaubt. Was ist denn der Glaube? Auch darauf hat die Bibel eine klare Antwort, schwarz auf weiß. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Du darfst überzeugt davon sein, dass Jesus dir durch seinen Tod am Kreuz diese Hoffnung geschenkt hat und er all deine Sünde auf sich genommen hat, damit auch du die Sicherheit auf ein Leben nach dem Tod bei ihm haben darfst. Das ist in der unsichtbaren Welt passiert, wie es in dem Vers heißt. Wenn du wirklich glaubst, wirst du glauben, dass dein Glaube dir ewiges Leben garantiert. Verstehst du, wie viel mehr für dich dahinter steckt? Wie wird Jesus auf ein Glaub schon reagieren, wo er doch alles getan hat, damit wir mit einem überzeugten Ja, ich glaube antworten können? Nimm dir heute bewusst Zeit im Gebet und verwandle dieses Ostern dein Glaub schon in ein festes und überzeugtes Ja, ich glaube. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag. name gehstあー nur eine副 sterbe RUSS Sind oder und die Vielen Dank.